Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play Castlevania Lords of Shadow mit mir in der Restro. Wir setzen uns die Story in Kapitel 5, Veruswälder of Orch. Ich nehme an, das sollen wir sein. Nun gut, wir sind hier also in einem schneedochpflügten Wald angekommen. Wir haben dieses nette Pferd, welches uns schon mal begleitet hat und dann abgeworfen hat. Und das verschwindet jetzt wahrscheinlich auch einfach. Schade aber auch. Nun gut, dann gehen wir doch mal los. Haben wir hier vielleicht noch irgendwas, was man erkunden kann? Nein. Okay. Und hier haben wir einen schönen Kristall und hier hatten wir dieses Ding hier. Ach, das ist ein Feen-automatisch-Krieger-Ding. Wir kriegen Kristall und Feen, vielleicht auch noch Messer. Und nein. Wie ich die Dinger hasse. Schüpperkapras oder... Ja. Und diese Chuperkapras. Ich mag sie nicht. Kehlen wir lieber alles instant. Und schnell weg von hier. Nachdem da Bomben explodieren. Okay. Haben wir es so langsam aber sicher endlich mal... ...noch irgendwo ein Gegner? Nein. Wo ist dieser dämliche Chuperkapra hin? Ich will mein Zeug zurück. Da könnte ich höchstwahrscheinlich hochspringen, aber schauen wir erstmal in die andere Richtung. Oh, ein Brunnen. Ein Brunnen. Ich höre ihn doch. Wo ist er hin? Oh. Geißer. Oh, come on. Ernsthaft? Jetzt ist er hinter dem Ding? Ich hasse diese Dinger. Ich meine... Es ist ungefähr so wie in anderen Spielen. Raben. Oder dergleichen. Alle Sachen, die man nicht haben muss, will. Sonstiges. Lässt du eine Granate fallen? Nein. Dann töten wir dich. Vielleicht lässt du was fallen. Nein. Nein. Und du stirbst gleich mal instant, denn wir mögen dich nicht. Und bitte, liebes Rino-Watzenschwein, stirbt demnächst. Nicht ich soll sterben, sondern du. Hallo. Ich komme hier nicht mehr raus. Das ist unfair. Gut. Wenigstens haben wir volle Leben. Und tschüss, mein lieber Gnom, Goblin, sonstiges. Okay, ich würde jetzt trotzdem gerne endlich dieses Warzenschwein killen können. Hey, hey, hey. Nicht wieder in das Eck rein. Lieber freierer Gegend, Bert. Hey. Die Kamerasteuerung lässt es aber leider nicht zu, dass man geschickterweise sieht, wo dieses dämliche Ding ist, wenn es unterhalb von einem ist in der Map. Komm schon, renn auf mich. Ah. Und jetzt können wir es reiten. Hoffe ich doch mal. Okay. Und noch eine Runde. Ey. Bitte. Oh. Und da ist der Chupacabra. Und hier können wir uns heilen. Das war ja wieder relativ brauchbar. Können wir hier noch irgendwas machen? Scheint so, als wäre jemand hier irgendwie hochgekommen oder runtergekommen. Ich glaube, ich muss hier rum. Und jetzt stirb doch bitte mal schnell. Und du auch gleich. Das mag zwar jetzt halt kalt sein, aber... Wie komme ich sonst zu dem Typen da hoch? Ich dachte jetzt, dass ich vielleicht andersrum gehen muss. Aber anscheinend ist dem nicht so. Ich bin nicht da. Weil so scheine ich da ja nicht hochzukommen. Vielleicht, wenn ich hier rechts irgendwie... Ah. Erst einmal eine weitere Schriftrolle. In dieser Gegend wurden zahlreiche Chupacabras gesichtet. Zahlreiche, das ist schon mal wieder richtig gut. Diese Kreatur geht nicht als tödlich oder bösartig, sondern lediglich als Ärgernis. Wer hätte es gedacht? Ich muss der Bruderschaft eine Nachricht zukommen lassen und meine Kameraden anraten, so viele Feenblüten wie möglich zu sammeln. Denn es steht geschrieben, dass Chupacabras von allen fasziniert sind, was mit Feen zu tun hat. Und die Blüten sind eine gute Taktik, um die lästigen Kreaturen abzulenken, während man sich zwei Wertobjekte zurückholt, die sie gestohlen haben. Best Information ever. Die machen aber schon Schaden, das ist unfair. Erstmal schauen wir hinten, dann... Ah, toll, hey! Okay! Und ich hab mein Zeug zurück! Yay! Und eine weitere Schriftrolle. Ich habe mir ein Vorrat an dunklen Kristallen angelegt, da diese im Kampf sehr nützlich sind. Dabei ist mir zufällig ein alter Mann begegnet, der eine verwirrende und senile Eindruck machte, doch in seinen Augen blitzte er ein scharfer Verstand. Er behauptete, er sei ein Freund und fragte mich, ob ich die Relikte gefunden habe, die er für uns zusammen rückgelassen hatte. Ich sagte ihm, dass ich es nicht verstehe. Er antwortete, dass er für mich beten würde und rannte plötzlich in die Nacht davon. Was für Relikte hat er wohl gemeint? Ich weiß nicht, ich weiß bloß, dass ich mehr Feen brauche. Und sei es nur für diese dämlichen Chupacapras. Wobei ich jetzt zurück zu der einen Wand laufen könnte. Denn dort konnte man ja irgendwas einreißen mithilfe dieses phänomenalen Machthandschusses, den wir hier haben. Was ist mit dieser dämlichen Kamera los? Und wo kamen wir? Ach, wir sind hier runtergesprungen und kommen jetzt gar nicht mehr zurück. Das ist ja ein Witz. Nun gut, dann eben doch in diese Richtung. Und dann hier runterspringen. Ach, und das ist die Wand, wo wir vorhin waren. Und wir haben wieder eine Fee zurück. Und tschüss, mein lieber Herr Goblin, Gnome, sonst irgendwas. Und tschüss, der nächste. Und dann können wir weiter. Und haben hier die tolle Wand, wo wir holten wollten. Äh, was? Okay, ähm, dann brauchen wir wieder Energie. Ich hoffe, sie ist noch da. Aber in der Richtung war ein Energiepool. Und dann probieren wir es mal mit Rennen. Wie war das? So? Nein, so nicht. Äh. Wie zum Teufel ging das noch gleich? Hallo, wie ging das? Ähm, so? Nein. Ähm. Ähm. Wie ging dieser dämliche Sprint? Ähm. Fähigkeiten, Talente, fortgeschrittene Techniken, Relikkkräfte. Was war das? Okay, das war Auferzaken, das brauchen wir nicht. Ähm, klingt ganz brauchbar. Erwerben wir einfach mal. Schulterrempler, Schattenmagie aktiv, links gedrückt halten und dann er ist dich. Das hatte ich doch gemacht. Schattenmagie aktiv, links gedrückt. Warum funktioniert es jetzt? Und das ist vollständige Kristallanzahl, aber so ein letztes Typchen hier, mal schauen, was der uns gibt. Ein weiterer Lebenskristall. Gut, dann schauen wir mal weiter, was so das Ganze uns noch gibt, nachdem wir hier wieder ein bisschen Schattenmagie auffüllen. Schattenmagie aktivieren. Warum rennst du jetzt schon wieder nicht? Was ist falsch mit dir? Und wahrscheinlich eine weitere Schriftrolle, sonst würde das da ja nicht sein. Wir befinden uns ganz in der Nähe von Vigol. Unweit davon liegt das Vampirschloss, es ist ratsam, sich des Nachts einen Unterschlupf zu suchen, um sich vor möglichen Angriffen zu schützen. Das Weite ist das, ach, das Wetter, ist sehr kalt und es erweist sich als recht schwierig mit der Bruderschaft Nachrichten auszutauschen. Letzte Nacht erhielt ich eine Botschaft, derzufolge wir uns im Dorf Vigol sammeln werden, um die Festung der Vampire anzugreifen. Gott stehe mir bei, aber ich habe Angst, als eine dieser blutsaugenden Kreaturen zu enden. Ja, verstehe ich. Ah, cool. Also das Schloss ist cool. Hat ein bisschen was von Hogwarts, nur düsterer, größer und cooler. Und das war schon das Level. Insofern, man sieht sich bis zum nächsten Mal.